In der Vollzeitvariante ist sozusagen klassische Hochschullehre semesterweise und Sie haben aber ein Praxissemester, was Sie dann entweder in einem Unternehmen im Inland oder auch im Ausland verbringen können. Und in der dualen Variante, da haben Sie ja immer Praxisphasen in Ihrem Betrieb, das heißt Hochschulphase, Praxisphase, Hochschulphase, Praxisphase, immer im Wechsel, im halbjährlichen Wechsel. Und am Ende des Tages haben Sie in beiden Varianten sieben Semester, 210 ECTS-Punkte und kriegen in beiden Varianten Ihren Abschluss Bachelor of Arts. Vielleicht ist das nicht so gewohnt aus öffentlichen Hochschulen, aber wie Sie vielleicht wissen, wir sind privat finanziert, das heißt, wir kriegen keine staatliche Förderung. Wir haben natürlich auch Kosten, die hier entstehen, demzufolge sind dann natürlich Studiengebühren zu entrichten. Aber ich denke mal, jeder Student, der hierherkommt, sieht auch die Unterschiede zum öffentlichen Bildungssystem. Also wir haben deutlich kleinere Klassen und wir haben deutlich nahbare Professorinnen und auch Verwaltungsmitarbeiterinnen. Und insofern, glaube ich, sind die Gebühren mehr als gerechtfertigt und der Studierende hat wirklich was davon. In der dualen Variante allerdings, da trägt natürlich der Praxispartner die Studiengebühren. Das heißt, das ist eine attraktive Variante, wenn Sie sagen, also Sie können sich das entweder nicht oder wollen sich das nicht leisten und haben natürlich Interesse, bei einem Praxispartner mitzuarbeiten. Dann, wenn der Praxispartner von Ihnen überzeugt ist und Sie eben dort einstellt, dann übernimmt der die Gebühren. Also dann zahlen Sie sozusagen für Ihr Studium auch nichts. Ja, das typische Semester bei uns läuft so ab, dass es drei fünfwöchige Core-Blöcke gibt. Das heißt, Sie haben ein Fach dann über fünf Wochen, sagen wir mal Finance 2, das haben Sie dann fünf Wochen lang und schließen das mit einer Prüfung ab. Und dann haben Sie das nächste Modul, vielleicht Nachhaltigkeit und Innovation, über diese fünf Wochen konzentriert und schließen das mit einer Prüfung ab. Und das davon drei Wochen, drei Module, Entschuldigung, und ein Core-Plus-Modul am Ende mit weniger Kontaktstunden. Und darüber hinaus haben Sie dann noch zu diesen drei mal fünf Wochen und dem Core-Plus-Modul haben Sie dann noch zwei Module, die sozusagen durchlaufend sind, wo Sie sozusagen das gesamte Semester dort die Lehrveranstaltung absolvieren. Das ist so das typische Semester, wenn man an der Hochschule ist. Wenn man in der Praxisphase ist als dualer Studierende, hat man natürlich im Wesentlichen seinen Einsatz bei seinem Praxisunternehmen, hat dazu zusätzlich aber noch zwei Online-Module, die dann entsprechend durchlaufen und problemlos nach der Arbeitszeit absolviert werden können.